In Berlin begrüße ich jetzt den USA-Experten Julius Vandelaar. Im Jahr 2012 arbeitete Vandelaar im Wahlkampfteam von Barack Obama. Guten Morgen nach Berlin. Schönen guten Morgen. Ja, Sie haben sich das Duell heute Nacht angeschaut. Wie ist die Debatte aus Ihrer Sicht verlaufen? Ich glaube, man muss es erstmal zusammenfassen und sagen, es war eine absolute Katastrophe für die Demokraten und vor allem für Joe Biden. Die Erwartungen waren ohnehin schon extrem niedrig. Die Erwartung war eigentlich, Joe Biden muss ans Podium laufen und dort im Endeffekt ganz grob die wichtigsten Punkte hinbekommen, ein paar kohärente Sätze machen. Und diese Erwartungen hat er natürlich noch untertroffen. Insofern, ich glaube wirklich, dass der Panikfaktor innerhalb der demokratischen Partei wirklich gerade am Überlaufen ist. Ja, und damit haben Sie jetzt keine Einzelmeinung geäußert, sondern wir haben aus den USA ja schon diverse Stimmen aus dem demokratischen Lager gehört, die sich im Prinzip einig waren, das war ein schlechter Auftritt von Biden. Was bedeutet das denn jetzt? Ich glaube, die haben alle genau dieselbe Debatte gesehen, die wir auch gesehen haben. Und da führt eben kein Weg dran vorbei, das genauso zu analysieren, dass es echt hart war. Insofern muss sich die demokratische Partei und vor allem Joe Biden sich die Frage stellen, wollen wir so weitermachen. Es sind noch 131 Tage bis zum Wahltag am 5. November. Und wenn Joe Biden glaubt, dass er da nochmal zurückkommen kann, durch viel Geld, das er ausgibt, in Werbung schalten und noch bessere Auftritte zu haben, vielleicht doch nochmal zurückkommt, dann wird Joe Biden im Rennen bleiben. Aber wenn Joe Biden daran Zweifel hat, dann sollte er zurücktreten und den Weg eben auch freimachen. Aber, und das ist wichtig, die demokratische Partei kommt nicht an Joe Biden vorbei. Es hängt an ihm. Wenn er nicht bereit ist, zurückzutreten, dann gibt es auch eben keinen Weg für die demokratische Partei, noch einen neuen Kandidaten oder eine neue Demokratin dann eben auch zu nominieren auf dem Parteitag. Ich würde jetzt den amtierenden Präsidenten ungern sofort schon abschreiben. Deswegen lassen Sie uns nochmal genauer hinschauen. Waren das jetzt, ich sag mal, entschuldbare Aussetzer oder war das einfach mehr als nur so etwas? Im amerikanischen Wahlkampf gilt der Grundsatz, Wahrnehmung ist Wirklichkeit. Die Wahrnehmung der Wählerinnen und Wähler, nochmal, wir kennen die Umfrage nicht, aber ich glaube, die meisten, die zugeschaut haben, werden wahrscheinlich in den ersten drei Minuten gesagt haben, ich wollte mir das anschauen und ich will schauen, ob ich eben Joe Biden zutraue, die nächsten vier Jahre nochmal durchzuhalten. Und ich kann mir gut vorstellen, dass viele Leute nach drei, fünf oder zehn Minuten den Fernseher ausgemacht haben und gesagt haben, ich habe hier genug gesehen, ich traue es ihm eben nicht zu und ich finde das auch echt traurig. Joe Biden hat 50 Jahre lang diesem Land gedehnt. Ich glaube, in weiten Zügen auch wirklich gut für dieses Land gearbeitet. Und so jetzt eben diese letzte Phase des Wahlkampfes zu bestreiten, das ist natürlich auch traurig für Joe Biden. Aber die Realität ist, wie gesagt, trotzdem die, die Erwartungen sind erstmal untertroffen und ich gehe davon aus, dass wir das in den nächsten Tagen und Wochen eben auch in den Umfragewerten sehen werden, dass er weiter natürlich auch absteigen wird. Gibt es denn Personen innerhalb der demokratischen Partei, auf die Biden hört und die Biden jetzt vielleicht überzeugen könnten, du musst zurücktreten? Ich meine, es ist hypothetisch möglich, dass Barack Obama anruft und sagt, Joe, du solltest dir das nochmal überlegen, aber ich glaube, am Ende des Tages wird es wahrscheinlich Jill Biden sein, seine Frau, die vielleicht ihn beiseite nimmt und sagt, wir müssen hier nochmal ganz grundsätzlich darüber reden, ob wir so noch weitermachen möchten. Nochmal, Joe Biden ist ein stolzer Mann. Der hat natürlich auch gesagt, ich bin der Einzige, der Donald Trump überhaupt je geschlagen hat. Ich mache das Ganze seit 50 Jahren. Ich weiß, was ich kann und ich weiß auch, wenn ich einfach nur eine schlechte Nacht hatte und vielleicht beim nächsten Mal besser drauf bin. Insofern, die Entscheidung liegt bei Joe Biden. Aber sollte er sich dann entscheiden, dennoch zurückzutreten, dann glaube ich, gibt es durchaus auch Talent innerhalb des demokratischen Kaders, er sagt, ich kann hier sofort eben auch loslegen. Ob die Zeit reicht, noch einen neuen Kandidaten aufzubauen, möglicherweise Kamala Harris, die aktuelle Vizepräsidentin zu nehmen, die in den Umfragen und vor allem im persönlichen Zuspruch nochmal deutlich hinter Joe Biden liegt, das ist die andere Frage. Aber ich glaube, es steht und fällt mit Joe Biden und wahrscheinlich auch Jill Biden als seine engste Beraterin. Lassen Sie uns einen Blick auf Trump werfen. Trump gilt als Rüppel, der sich nicht im Griff hat. Wie hat er sich denn heute Nacht präsentiert? Ich glaube, dass Trump zugeschlagen hat in vielerlei Hinsicht. Erstens, er hat es nicht so genau genommen mit den Fakten. Das ist nichts Neues. Auch Joe Biden hat im Übrigen an ein paar Stellen deutlich übertrieben. Das war auch der Faktencheck von CNN im Nachgang. Aber Donald Trump hat vor allem auch unter der Gürtellinie ein paar Mal zugeschlagen. Das war eine durchaus zugespitzte Debatte. Beide wussten natürlich, dass es um viel ging. Und Donald Trump hat ganz klar gemacht, dass unter Joe Biden Amerika im Endeffekt im Desaster geendet ist, dass der schlechteste Präsident aller Zeiten ist, dass Joe Biden lügt. Insofern, da wurden keine Punches, wie man im Amerikanischen sagt, keine Schläge irgendwie zurückgehalten. Und dementsprechend, glaube ich, war es durchaus zugespitzt. Und ich weiß auch nicht, ob sich Donald Trump damit wirklich einen Gefallen getan hat. Nochmal, Joe Biden wirkte durchaus fragil gestern. Ich glaube, wenn Donald Trump das Ganze eine Stufe runtergefahren hätte, glaube ich, hat er sogar noch deutlich besser abgeschnitten, als er es ohnehin schon getan hat. Das war Julius Vandala. Herzlichen Dank für Ihre Einschätzung dieses bemerkenswerten und vielleicht historischen Duells heute Nacht. Danke Ihnen.